Was geht's Leute, Janik mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Leute, die gerade mit Techwear anfangen bzw. anfangen sich für Techwear zu begeistern, werden sehr schnell merken, oh, es gibt eine ganz schön große Auswahl an Techwear Outfits, sowohl was das Aussehen angeht, als auch die ganzen Funktionen etc. Das liegt einfach daran, dass es im Techwear Bereich selber noch mehrere Unterkategorien gibt, die sogenannten Subgenres. Diese erkläre ich euch in diesem Video einmal bzw. die größten. Was sind das für welche und worin unterscheiden sie sich? Bitte bedenkt aber, ein Outfit muss sich unbedingt nur einem Subgenre angehören, sondern bedient sich meistens an Eigenschaften von mehreren Subgenres. Kommen wir wahrscheinlich zum bekanntesten Subgenre und zwar dem Subgenre Tech Ninja. Das ist wahrscheinlich das Subgenre, welches am meisten Wert auf pures Aussehen legt. Klar haben wir immer noch High-Performance Materialien, aber auch Funktionen. Jedoch sind hier zum Beispiel Accessoires sehr extravagant. Sei es Gürtel, die deutlich zu lang sind, Dongles, Hüte, Holster oder aber auch Westen. Das Lustige ist, der Begriff Tech Ninja kommt von dem Wort Goth Ninja und das kommt daher, dass die meisten Tech Ninjas einfach nur glücklich werden, wenn sie nur schwarz drehen können. Nicht nur die Farbe schwarz spielt im Tech Ninja Outfit eine sehr große Rolle, sondern auch die wie eben beschriebenen Funktionen. Man hat hier zwar Straps oder Taschen etc., die wirklich eine sehr große Funktion haben, aber auch oft Design-Elemente, die halt wirklich nur minimal funktional sind. Also Straps, die dann einfach nur wirklich fürs Aussehen da sind oder einfach nur runterhängen zum Beispiel. Die Cuts sind oft sehr baggy und bieten sehr sehr viel Raum für Bewegung. Und generell wird man merken, viele dieser Shops, die diesen Stil anbieten, kommen aus dem asiatischen Bereich, was wahrscheinlich auch wieder auf den Namen zurückzuführen ist. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, was für Marken es da gibt. Da gibt es zum Beispiel Gorilla Group oder auch Doris Iron, die beide aus Taiwan kommen und sich sehr auf Kleidung selber fokussieren. Heißt Hosen, Jacken, Hoodies oder auch T-Shirts. Dann gibt es zum Beispiel die indonesische Marke Orbit Gear, die wirklich sehr sehr funktionale Taschen herstellen. Aber zum Beispiel bei Acronum selber findet man auch Teile, die in dieses Subgenre passen würden, wie zum Beispiel die P30A DS. Ich denke der Begriff Tech Ninja ist so der erste Berührungspunkt für viele mit der Oberkategorie Techwear selber. Einfach weil wenn man Techwear googelt, spuckt Google halt super viele Technische Outfits raus. Und ich denke viele schlagen dann ein von zwei Wegen ein. Und zwar entweder kaufen sie super günstigen Kram bei Amazon, Dropshippern etc. Merken dann nach ein paar Monaten, ey die Qualität ist ganz schön doof und lassen das Thema Techwear vielleicht ganz fallen. Oder gucken dann, okay was kann man sich da wirklich für High Quality Stuff kaufen. Gucken sich dann Gorilla Group an zum Beispiel und merken, oh für eine Hose 300 Euro ausgeben möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich kaufe normalerweise meine Klamotten bei H&M, New Yorker etc. Und dann ist das natürlich doch schon ja deutlich mehr als man normalerweise für Klamotten ausgibt. Ein Artikel muss sich unbedingt nur einem Subgenre entsprechen. Meistens hat ein Artikel mehrere Eigenschaften, die mehreren Subgenres zuzuordnen sind. Heißt man kann diesen Artikel dann auch in mehreren Outfits tragen und nicht nur okay ich habe jetzt eine Hose mit super krassen und vielen Funktionen, Straps etc. in schwarz, die kann ich nur in einem Techwear Ninja Outfit tragen. Ne, natürlich könnt ihr die auch in anderen Outfits tragen, die zu anderen Subgenres eher besser passen. Als nächstes haben wir schon fast das komplette extreme Gegenteil des Tech Ninjas und zwar sozusagen drei Subgenres in einem zusammengefasst. Der Casual, Greyman und Techfocus. Wie der Name Techfocus schon sagt, liegt hier der Fokus immer noch auf High Performance Materialien wie Schöller Dryskin aber auch Gore-Tex. Jedoch ist der Look deutlich deutlich schlichter und minimalistischer als der auffällige Tech Ninja. Hier geht es einfach nur darum, dass man immer noch die Performance und die Eigenschaften von Techwear hat, aber diese auch im Alltag tragen kann, aber auch zum Beispiel zur Arbeit. Wie gesagt, der Look ist hier deutlich minimalistischer. Man verzichtet hier auch oft auf große Accessoires zum Beispiel und reduziert sich wirklich nur auf die Must-Haves in einem Outfit. Im High End Preisbereich haben wir da Marken wie zum Beispiel die Arctrix Valence Line. Die sind wirklich mit sehr sehr krassen Materialien dabei, wie zum Beispiel Gore-Tex Pro, aber auch Marken wie Uniqlo könnte man in dieses Subgenre packen. Superschlichtes Design, einfaches Design, alltagstauglich, aber man verzichtet trotzdem nicht auf Qualität und Funktion. Wie eben gesagt, ist dieses Subgenre sehr beliebt bei Leuten, die immer noch sehr sehr großen Wert auf Qualität, High Performance Materialien, aber auch Funktionen legen, jedoch ihre Outfits etwas alltagstauglicher haben wollen und halt etwas weniger auffallen wollen als jetzt der extreme Tech Ninja. Heißt, sie können damit auch ins Büro zum Beispiel gehen. Uniqlo zum Beispiel ist auch ein sehr sehr guter Anfang für Techwear Einsteiger, einfach weil es günstiger ist, aber trotzdem von der Qualität her besser als H&M. Kommen wir zu meinem Lieblings Subgenre und zwar Futuristic Techwear. Die Marken, die diese Subgenre anbieten, sind oft sehr sehr experimentierfreudig. Man hat da Marken wie Hamkes, die einfach komplett den Rahmen sprengen, was Aussehen angeht, mit super interessanten Cuts, Finishes, aber auch einfach nur das Gesamtdesign. Aber hier gehören auch Funktionen hinzu, wie zum Beispiel die Akronym Gravity Pocket oder Akronym Interrupt Funktion. Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, Yo Yannick, was bitte ist eine Gravity Pocket und was ist eine Interrupt Funktion? Die Gravity Pocket ist einfach nur eine Tasche hier unten am Handgelenk mit einem Reißverschluss und einem Magnetverschluss unten. Heißt, man kann hier via dem Reißverschluss Sachen in die Tasche rein tun und wenn man den Arm dann mit etwas Wucht nach außen schwenkt, wird der Inhalt der Tasche in die Hand transportiert. Die Interrupt Funktion ist einfach nur die Funktion, dass man auch Taschen zum Beispiel unter der Jacke tragen kann. Ride Division hat auch ein, zwei Jacken, die diese Funktion haben. Wenn euch das etwas mehr interessiert bzw. ihr es nochmal nachsehen wollt, wie das wirklich aussieht, verlinke ich euch in der Beschreibung nochmal ein Video. Natürlich bietet nicht nur Akronym so eine Funktion an. Wie schon eben gesagt, Ride Division hat auch sowas wie eine Interrupt Funktion, dass man Taschen unter der Jacke tragen kann, aber auch Orn von Levé hat zum Beispiel Jacket Slings dabei. Akronym ist halt bei vielen dieser Funktionen einfach nur, ja, der fast schon Erfinder und lässt sich auch zum Beispiel Sachen wie die Gravity Pocket patentieren. Heißt, niemand anders kann es Gravity Pocket nennen und kann nicht genau diese gleiche Funktion benutzen, sondern Akronym sozusagen, ja, hat das Recht daran, diese Funktion für sich selber zu behalten und zu verkaufen. Futuristic Techwear ist meist sehr, sehr teuer. Also wenn ihr den Namen Akronym oder auch Orn von Levé hört, dann rennt euer Portemonnaie wahrscheinlich schon weg. Aber da hat man hier wirklich die, ja, alles ist durchdacht. Jedes Design Element ist durchdacht, jede Funktion hat einen Nutzen und auch jedes Material ist durchdacht. Okay, wieso benutzen wir jetzt dieses Material für dieses Garbent, wieso sollte man das hier benutzen etc. Ihr habt wirklich, ja, das Top-Notch von allem. Deswegen ist es auch so teuer. Aber wenn ihr hier Sachen kauft bzw. euch Kleidungsstücke kauft, halten die euch wirklich für sehr, sehr, sehr viele Jahre und ihr werdet damit höchstwahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Die bis jetzt drei genannten Subgenres sind für mich so die größten Subgenres im Techwear-Bereich und bilden sozusagen das Techwear-Dreieck, wie ich es nenne. Also alle Genres, die dazwischen sind, sozusagen die Sub-Subgenres, bedienen sich von Eigenschaften dieser drei Genres und sind sozusagen einfach nur eine Vermischung. Man hat da zum Beispiel Heiker-Core, was dann einfach Tech-Focus ist, aber halt auf den Kletter- bzw. Wanderbereich zugeschnitten. Aber auch das Genre Lunar-Core, welches auch immer noch Tech-Focus ist, aber auch ein bisschen futuristic ist durch diese Mondfarben und überproportionale Strukturen, aber auch Dimensionen in der Kleidung selber. Das war's auch schon für dieses Video. Im letzten Video habe ich hier angeteasert, dass als nächstes ein sehr, sehr gutes Review kommt, falls der Artikel ankommt. Und siehe da, er ist angekommen. Und zwar kann man ihn hier sehen. Ihr könnt das jetzt nicht erkennen, was das für ein Artikel ist bzw. was das für eine Jacke ist. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Diese Jacke habe ich in mindestens zwei meiner letzten Videos schon erwähnt. Könnt ihr mal in die Kommentare rauchen bzw. raten, was das für eine Jacke ist. Falls das nächste Video nicht vor Weihnachten rauskommt, wünsche ich euch allen natürlich eine super schöne und frohe Weihnachten. Ich weiß, mit Corona ist es momentan echt nicht easy. Man kann sich nicht mit all der Familie treffen, mit der man sich vielleicht treffen möchte. Aber auch Silvester wird zum Beispiel sehr, sehr schwer. Betrifft mich auch. Deswegen stay safe, bleibt gesund, haut rein. Vielen Dank auch nochmal an die ganzen Kommentare unter meinem letzten Video. Das Video war sehr experimentell. Ich wusste nicht wirklich, wie das bei euch ankommen wird, weil es doch ja... Klar war es immer noch ein bisschen Techwear bezogen, aber schon mehr in diesem Allgemein-Fashion-Bereich. Aber anscheinend hat es ja vielen von euch gefallen, was mich wirklich sehr, sehr freut. Deswegen auch hier nochmal ein großes Dankeschön an SheWolfCelineElisa, RaceGamingRift, VJam, JHB, BlackEyes, DerHauptmann, PlaygroundLabs und PartsLeadersen. Dankeschön. ... ... ... ... ... Vielen Dank.